Shotgun Barrel? Ne. Was ist das denn? AK-43. Assemble. Assemble. Okay. Close. Receiver. Aber der fehlt uns leider nirgendwo. Das ist ja blöd. Obwohl, den könnte ich hier da reinhalten. Und der da raus. Und der da rein. Oh, die wird mächtig. Gab's vielleicht neue Hunting-Wise-Parts? Ne. Schade. Leider nicht. Ich würde sogar sechs Dinge in der Wertigkeit goa. Hey. So. Okay, du hast bei mir gar kein Gewehr in der Hand. Haha, ich bin ein Hacker. Den Scheiß nehme ich nur mit runter. Keine Sorge. Heute bringt der Kalle die Kisten in Ordnung und wollen das Zeug runter. Nicht ich. Ja, weil ich gerade wieder an der Kiste war. Kriegen die direkt wieder in den Schreck und wollen wegsteppen. So. Explosive. Jawohl, ja. Und schon wieder Level ab. Wofür denn das? Da, ab. Und dann Gunpowder. Oh, ein Sternchen? Wofür ein Sternchen? Achso. 560 erstmal. Ja. Hab. Ach, jetzt hab ich die AK hier. Egal. Kommst du direkt hier runter, haben wir es gespart. Ach, da ist ja noch ein Nackertal. Ja, genau. Da. Da die Rüstung, da die Rüstung. Lieg ich oben in die Kiste. Kann das Crap? Da kann ich bestimmt noch was Neues draus basteln. Ups. Ja. Jawohl, ja. Und zwar hier. Scrap Chest und Scrap Helmet. Waren eigentlich schon ganz praktisch. Leather Armor? Noch nicht. Aber die kann man später mal brauchen. Die hält, glaube ich, ziemlich gut warm. Ja. Oh, Pistolenpand. Ach, das soll doch eingeschmolzen sein. Braucht doch keiner. Weg. Vielleicht werden wir noch. Tschüss. Tschüss. Wechselst du. Auch nicht mehr. Gut. Essen und trinken. Drink. Danke. Drink. 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 Na. Ah, hunde. Hier noch was. Oh, ja, hier sind noch lecker Sachen. So, die alte Rüstung kann ich dann scrappen, oder? Habe ich in die Kiste, in deine Kiste gelegt, Dreck, was? Ja, ich scrappe dann die alten Sachen. Ja, klar, macht ja Sinn. Ah, Funzel aus. Das ist ja schrecklich. So. Hopp. Belgien und Ex. Noch einmal? Na ja, gut. Ein Ei mehr. Ich habe ihn jetzt eingesteckt. Oh, ein Bild. Na ja, egal. Hm, gut. Dann das Fleisch erst mal weg. Ja, hier rein. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Hm, so. Wo ich jetzt meine? Oh, da gibt's gar nicht viel zum Losen. Oh, ja. Geht doch. Lager. Ups. Gut Tag. Oh, die Brücke ist ja noch auf. Hallo, Zombies. Keine Bock? Hey, food. Komm mal her, hier. Schreibt da was. Verschmied. Ja, was machst du? Zombies vor allem kommen. Da oben ist so leise, das mag ich nicht. Hm, schon komisch. Vor allem für die Uhrzeit. Was da oben? Alles ist so ruhig. Kann man die Zombies schon looten? Ja, bestimmt. Ich bin gleich Level 60. Hm. Du hast von Kohle gesprochen, Kalle. Und von Nitrit wo? Unten in der Explosionskisten oben. Ja, ja. Da hatte ich's reingeräumt von oben nach unten. Sonst ist da nichts mehr. Nur die paar, die ich da reingeräumt hab, beim letzten Mal. Ah, da. Okay. Haben wir uns genau überschnitten. Ich kann mal eine Query draus machen. Macht Sinn. Also den Eisenhelm brauchst du wahrscheinlich nicht, oder? Ich hab den, der Eisenhelm hab ich und die Eisenbrust. Hab ich ja gesagt. Der Rest fehlt nur. Ich mach's nochmal ab. Das dauert voll ewig mit dem Spattpulver. Voll crazy, ey. Aber ist ja auch sinnlich. Macht ja auch Sinn. Ach, für Shotgun brauche ich gar keine Munitionsdinger. Das ist cool. Für was? Für die Munitions... Shotgun? Ich meinst, die stinknormale. Die Hülsen brauche ich dafür nicht. Diese Patronenhülsen. Für alle anderen brauchen wir Patronenhülsen, ne? Ja. Okay, dann kann ich ja erstmal ein Eimerchen Shotgun-Dreck produzieren. Mach das. Ich könnte noch ein bisschen Kliegstoff produzieren. Die Gläser haben wir en masse. Wenn nicht oben in der Vorstellung noch Sand, die Sand können wir so einfach herstellen. Okay. Ein Stein gegen ein Sand, das finde ich einen guten Eintausch. Backshot, da brauchen wir wieder Lead für. Hier ist kein Lead drin. Rechte Forge. Wo unten die? Oder wo? Und in dem Buckel, der ist ausschließlich bis jetzt für Stein genutzt worden. Dann nach oben. Jipp. Was ist mit dem Flash eigentlich, wo ein Ding drin ist? Im Lagerfeuer. Grill? Hier oben? Ja. Ne, ich warte auf Eier. Wird ja nicht schlecht. Kriegen wir doch besseres Essen raus. Wir haben ja genug Essen. Ja. Forged Iron holt da gerade wer. Gut, dass ihr mich ans Essen erinnert. Forged Iron. Ich bin verborgen beim Trennen mehr Stamina als beim Trenn-Main. Ja. Mach eigentlich nie. Geh ich mal. Oh, schon wieder Level ab. Geht's jetzt? Das geht ratzfatz. Zweite jetzt schon. Ich hatte schon eins. Okay. Ich hab gleich wieder eins. Hm. Aufwerten bringt anscheinend doch sehr viel XP. Was aufwerten bringt am meisten XP. Echt? Ja. Aufwerten ist ein richtiger XP-Booster. Heißt das jetzt. Ist alles Halbwissen. Sodelde, sodelde. Zwei Shuttis. Ja. Ja, 200 Hochschuss. Muss man noch einen dritten fertig kriegen. Dann war eigentlich gut bestückt. Shotgun Long Beryl. Hunting. Apropos. Vier Uhr. Ja. Zwei Zwei. Ich mach mich dürre. Brecht euch mal eben in der Spurry ab. Du willst nach Osten, keine nach Westen. Oder andersrum. So, die Hüstung mag ich jetzt in meinem... Hast du nicht fertig? Gut. Dann den... Da hab ich den noch darüber. Muni hab ich davon und davon. Was brauch ich jetzt noch? Höchstens Wasser, oder? Für eine kleine Reise. Und... Einmal... Hüchsenfleisch. So, in der Kiste ist noch ein bisschen Rüstung. Iron Boots. Brust hab ich ja. Where? Rappen lege ich dir wieder unten rechts rein. Hm? Ja, das glaub ich ja. Wenn du noch alte Kleidungsstücke findest, einmal mitbringen. Ja, klar. Und ab durch die Mitte. Und die meisten Klamotten dann scrappig. Und im schlimmsten Falle schmeiß ich dann erstmal das Close weg, wenn ich keinen Platz mehr hab. Ja, glaub brauchen wir später. Close kannst du selber machen aus den Pflanzen, die hier wachsen. Richtig? Ja, dann kann ich lieber wegschmeißen und bringe dafür, was weiß ich, eine Patronenkugel mit oder so. Das meinte ich damit, ja. Hopp, so. Ehrlich, jetzt hier? Diese... Leck mich leider echt jetzt. Gucken wir, was jetzt schön ist. So, das Rezepte für eine neue Spitzacke. Macht nur noch 499 Schaden. Oh. Zum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Oh, jetzt lassen die Rezepte für eine Wendt finden, ne? Bitte, das wäre schön. Ja, echt jetzt. Guten Tag, guten Tag. Oh, ja. Oh, ich geh auch mal an die Oberflächen. Gucken, dass ich ein bisschen was gejagt krieg. Der Sonntag. Ne? Ja, hast du angered, dass hätte jemand genießt? Ne? Oder nie ist auch unterdrückt. Ne? Das ist schießt da rum. Du willst ihn so wissen, dass ich das bin. Hahaha. Oh man, noch ein Tag, Jungs. Und dann verstecken wir uns in unserem Bunker, Tief und Damaris. Ich glaube, wenn die Kisten zerstören, ist ja der Loot weg, ne? Jupp. Es ist nicht so wie ein Ark, dass da kleine kleine Säckchen liegen. Mhm. In denen manchmal Abermillionen Tonnen von Stein drin sind. Ja, Olli, du gehst denn nach Norden? Mhm. Ich guck mal, da ist schon ein paar Zombies nach oben lege. Ich glaube, das Ganze hat noch mehr gemacht. 433er Shotgun Receiver. Oh, shit. Kreis. Vielleicht kriegen wir jetzt doch die dritte zusammen. Wohl wär's ja. Ja. Ja, für einen Notfall ist das echt nicht schlecht, die mal eben zu zücken. Wenn wir wirklich zu nah sind oder so. Bopp, hast du wenigstens mit einem Schuss erledigt. Guck mal, ob ich ein Bulle in der Stadt finde. Hm? Guck mal, ne kleine Erkundungstour. Ich dachte, du bringst die Sachen mal runter. Sovor wir morgen überrannt werden. Die größten Tage sind sie unten. Echt? Eben war noch alles oben. Was schnell, ey. Ich hab da echt ewig für gebraucht, um nur eine Piste runterzukriegen. Gott sei Dank. Also, meinst du die Waffenkiste oben? Oben die Kisten. Das soll ja alles runterlassen. Das hat ja unten alles vorbereitet. Ja. Aber wenn die wirklich die Hütte überrennen, dann ist ja der ganze Quark weg. Ach, ihr geht erkunden, ich mach das schnell. Na gut. Ja, wo bis heute Abend kein Ranch-Rezept dabei hat, den lass ich nicht in den Bunker. Denk dran, Kalle, Waffentresor, nicht aufhacken, komplett Bescheid sagen und dann geh ich hin. Na ja. Jetzt sitzt ein Marker oder sowas. Warte, welcher Marker gibt's denn denn? Ach, gibt jede Menge. Ist denn so ne Burg oder sowas? Kannst du ja Gott sei'n Namen geben, daher. Ist auch leer. Was? Brallo, Elch. Ganz viel Entziehen. Ganz viel Schwarz. Na komm her jetzt, Krankenschwesterchen. Was? Na für nütz. Ich glaub, meine Crossbow's sind kaputt. Das Schöne ist, ja, krieg dir Waffen und Munitionskisten. Ja. Ich hab Munition für Munition und Waffen für Waffen gemacht, Gabs. Oder? Ein Wassergras, das hat dein Ernst, Mädel. Und dann fehlt noch so'n bisschen, dass man die Kisten selbst beschriften könnte. Ja, gibt nämlich zum Beispiel gar nichts für Rüstung oder Kleidung. Ach, wie idyllisches Lüftchen. Guten Tag. Oh, jede Menge Nitrit. Ach, wie frierst du? Ach ja, genau, Eisenrüstung macht ja kalt. Ja. Komm, kümmern die Forge, ich mach's dir ein bisschen warm. Ach Mensch, jetzt. So 1500 Grad. Vielleicht, wie langt das? Wie geht der denn nicht? Oh. Boah, reicht gerade ebenso fürs Lüftchen. Auch wieder leer. Das muss ja gleich episch was geben. Der weiß, der weiß. Ja, 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 Frostfolge. Trage ich denn Unterhelm? Okay, die habe ich. Oh, ja, genau. Das ist nicht schlau. Trage ich gar keine Klos-Unterwäsche. Hihi, der ist fackig draußen. Ach, jetzt ist alles cool. Ich habe es richtig gemacht. Ich bin hier im Feuergebiet. Dann ist es ja richtig. Oh, kleiner. Kleiner, kleiner Zombie-Anlauf. So, ich weiß zwar noch nicht. Aha. Räucheln kannst du ja. Hallo, kann ich gehen? Wie geht's? Hallo. Jetzt mach dich weg. Ich misse das schön, aber das war dann auch. Oh, heute ist wieder viel weh. Bis zum. Oh. 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 casalda. Das czyst. inhib. As. ryb financially. Some was IT im.